Willkommen am BAG Fadinger Straße. Hier lernst du die Naturwissenschaften richtig kennen. Denn wir sind ein Realgymnasium, ob in Physik, Mathematik, Werken, Biologie und vielem mehr. Wenn du Spaß am Experimentieren und Erforschen hast, bist du bei uns genau richtig. Denn hier gibt es spannende Schwerpunkte und Zweige. Bei uns kannst du dich zum Beispiel für den Robotikzweig entscheiden. Hier hast du bereits ab den ersten Klassen das Unterrichtsfach Coding und lernst, wie du deine eigenen Spiele programmierst, neue Technologien erforscht oder wie du Dinge steuern kannst. Wenn du dich vorerst noch nicht entscheiden möchtest, kannst du auch mal in unserem Realgymnasium ankommen und dich erst am Ende der ersten Klasse für folgende Schwerpunkte entscheiden. Du bekommst einfach nicht genug vom Experimentieren und würdest am liebsten alles auf eigene Faust erforschen? Dann bist du im Fadi-Navi Schwerpunkt am besten aufgehoben. Hier werden Dinge nicht nur erklärt, sondern aktiv entdeckt. Physik, Biologie und Chemie werden im jährlichen Praktikum vertiefend behandelt. Das hat ordentlich Wumms und lässt nicht nur Korken knallen. Du möchtest lieber in die Welt rund um Kamera und Sound einsteigen und dennoch keine Explosion verpassen? Dann ab in den Fadi-Medien-Trap. Hier gibst du den Ton an und erzählst im Podcast und Film deine eigene Geschichte. Außerdem gestalten wir unsere eigene Welt wieder wie die WC uns gefällt. Dabei sammelst du ganz nebenbei noch ordentlich Computerskills. Ganz schön cool, nicht wahr? Schule kann aber auch anstrengend sein. Gut, dass es bei uns Freizeiträume gibt. Hier hast du die Möglichkeit, dich so richtig auszutoben, über den Asphalt zu brettern oder ein paar Körbe zu werfen. Du magst es lieber ruhig? Kein Problem, schau doch in unserer Bibliothek vorbei. Das allerbeste haben wir uns noch für den Schluss aufgehoben, denn tadaaa! Wir sind auch regelmäßig unterwegs. So richtig cool bei uns ist es nur mit dir. Wir sind einfach die Frage. Wir sind einfach in der Regel wieder. Wir sind schon seit 8.000 Stunden, seit 20.000 Tiefen! Bis dahin! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis zum nächsten Mal.